guten morgen leute es ist sieben uhr morgens ungefähr wir sind ich bin aufgestanden alle anderen pennen noch ich brauche jetzt einen pack mich gleich mit den schlafsack es ist kalt aber es ist schön ich zeige euch mal wie die ganzen leute da noch noch pennen und was die hier für unsinn veranstaltet haben das war ja gestern hier wahrscheinlich eine große party während ich gepennt habe das arme hähnchen ja leute guck mal hier schon gewusel bittöck macht schon wieder kaffee unser bittöck ist unsere kaffeemaschine ich will mal deinen becher mal zeigen das ist ja das ist ja eine richtig heftig geile erfindung schönes teil ist aus leute geht es euch gut na wunderbar ein mann muss immer ein eigenes feuer haben wie läuft kein kommentar so leute das ist unsere hütte wir verlassen sie es ist schön gewesen hier das wetter das wetter ist genau müll haben wir mit das wetter ist geil und deswegen machen wir uns gleich auf den weg navigator ist schon wieder am verzweifeln google google scheiß google ja beim nächsten mal kaufen wir dir eine karte und kompass genau noch besser so ein gps ding nee 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 wieso nicht ja damit mit gps werden wir uns bestimmt wieder verlaufen mit technik funktioniert das nicht nicht so gut das ist richtig auch wie neu geboren heute morgen ja gleich ein kaffee eigentlich haben wir uns heute darauf geeinigt keine abkürzung zu nehmen aber wir zog unser navigator der hört nicht auf uns ich glaube er versteht davon so etwas nicht wie keine abkürzung mit doch haben wir es eilig heute oder ist das der richtige weg das sieht mir nach einer abkürzung aus nach einer sehr schönen abkürzung ja ok ja es geht ja ordentlich steil hier runter das passt ja schon ungefähr so von dem was wir gestern hochgelaufen sind ja ich weiß nicht ob wir das schon gesagt haben haben gestern in kürzester zeit knappe 500 höhenmeter oder über wolfschick waren das unter oder über 500 höhenmeter auf einmal da diese schneise wo wir hoch wollten diese abkürzung hier haben wir da bewältigen müssen und insgesamt waren 700 höhenmeter die wir gestern gemacht haben deswegen hat das alles so lange gedauert aber das ist doch geil leute guckt euch mal an wie geil das hier ist das ja richtig schön urwald hier ja ich würde die pause machen so leute jetzt sind wir hier an so einem schönen ort auf diese abkürzung angehalten damit wir ein paar bilder von den bros machen können um diese nachher auf die webseite zu stellen jetzt haben wir uns schon darauf gefreut nicht wieder hochzulaufen und wie doch seine abkürzung ist immer tückisch wie doch müssen wir schon wieder hochlaufen oder was müssen wir schon wieder hochlaufen katastrophe also es gibt zwei probleme bei uns das ist wie doch und das ist google irgendwie habe ich das gefühl dass wir doch keinen plan hat jetzt hat unser reiseführer wieder eine geile idee der will hier den weg runter also heute habt ihr skier eingepackt ich gehe lieber außen rum das wird eine arschrutsch party also leute noch mal eine kurze anmerkung wenn ihr mal ordentlich wandern wollt also jetzt richtig heftig wandern wollt dann holt euch wie türk als reiseführer mit dem werdet ihr bestimmt nicht auf dem normalen weg laufen dann kommt so eine scheiße wie jetzt eben bei raus so leute von hier sieht man den abhang am besten wo wir gerade runter laufen ja die 500 höhenmeter die wir gestern hochgeklettert sind klettern wir hier gerade oder steigen wir hier gerade in paar minuten ab macht aber spaß wie doch sei dank und diese ganze vegetation diese hier trocknen die wickelt sich um die füße und dann ist das echt schwierig hier zu laufen weil kann jederzeit passieren dass man mit dem kopf nach unten auf die frasse fällt guck mal leute wie hübsch das hier ist mit dem maiglöckchen da haben sie ihre natürliche vegetationsgebiet hier so wie türk navigator erzähl mal na wunderprächtig dieser weg ist gar nicht eingezeichnet ne das ist ja google ja ja ne den wir jetzt hintergegangen sind der ist drauf ja ne jetzt ganz ehrlich der ist wirklich nicht drauf ok es geht weiter runter ins tal und hier schöne bauwerke ein schönes häuschen das wäre für heute eine richtig geile übernachtung das ist einfach nur ein gerieteschuppen nichts außergewöhnliches aber hier wäre heute nacht richtig geil gewesen ja guck mal da hinten haben die hängen ja oh guck mal guck mal nach oben was denn ich gehe jetzt aufs dach was denn wie ist das Katze oder was ist das da da in der Ecke kss 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 oder ist das ein vogel warte mal verscheue ich das mal nicht ich gehe mal von der anderen seite das ist hier so ein waldtierchen ist das das ist hier so ein waldtierchen ist das habt ihr das drin oder was habt ihr das drin oder was da ist der mader indem sie jedoch in die gase den sehn ich nicht da oben ist er na ja ja ich sehn dahinten sitzt der geil cool jetzt haut er ab wenn die leute den mader anlocken wollen will ich immer nicht noch ein bisschen in der umgebung schauen weil das hier sieht doch richtig hübsch aus haben die leute hier aus stein und überfahrt da oben hingemacht damit das wasser auch nicht fließen kann der marder ist abgehauen und wir gehen auch weiter oh ja was ist das hier studentenfutter guck mal und ich weiß zwar nicht wie das hier auf der kamera mit dem kamera bild rüber kommt aber das sieht so hammer geil aus und die leute machen sich gerade gedanken wer jetzt hier mit dem rucksack am schnellsten da oben ist das will ich sehen ja was hier von steilen abhängen geht es auch langsam wieder richtung zivilisation da hinten sehen wir schon ein häusler irgendjemand lebt da oder ist das vielleicht ein hotel und ein schicken ein großes großen see ja guck mal leute das ist ja schon richtig cool hier auch wenn die sonne nicht mehr da ist ist das für unsere zwecke ja für ein bisschen pause machen ja perfekt ereignet oder guck mal leute direkt am see ist ein eingang zum stollen 1925 da würde ich gerne mal einsteigen aber sieht nicht so aus als wäre es hier ein eingang in der nähe scheißen dreck mal gucken die leute sitzen da und wollen sich das essen vorbereiten und ich gehe mal hoch hier oben ist wahrscheinlich irgendwie noch so eine luftungskammer aber die kriegt man nicht auf hier schade dass wir doch jetzt noch richtig geil hier in so einen stollen einzusteigen habe ich gehabt zumindest gibt es eine richtig schicke aussicht über den see aus pelmeni kochen ist nichts geworden weil das angefangen hat zu pissen nun gehen wir weiter und gucken ob wir da vielleicht bestes wetter erwischt ja ob wir was überdachtes finden zum pelmeni kochen was hier im harz alles an talsperren gebaut wurde das ist hammer und wenn man dann hier noch so nach unten guckt das ist ja einfach nur bombe richtig schön ja guck mal leute ich weiß nicht ob ihr das aus der ferne sehen könnt das ist ja der stollen wo ich da eben war der gehört doch halb genau bestimmt zu dieser förderanlage da oben die die haben hier wahrscheinlich irgendwelche herz heraus gefördert nach oben und dann verkauft oder weiterverarbeitet eine riesen anlage die wirklich hübsch aussieht schön in stufen gebaut wunderprächtig wandern am rande der zivilisation von links schöne natur und rechts irgendwie so eine anlage sieht irgendwie nach krankenhaus aus oder nach 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 einem seniorenheim oder so was so leute wir sind schon fast über naja stunde anderthalb wieder unterwegs eigentlich sind wir schon an unserem parkplatz mit den autos vorbeigelaufen aber und wir wollten noch unbedingt pelmeni kochen und dafür haben wir uns einen richtig coolen platz ausgesucht es gibt so eine beerenhöhle haben wir bei google gefunden das sieht richtig hübsch aus und pelmeni kochen in einer beerenhöhle hat doch bestimmt noch keiner gemacht und diesmal wollen wir es mal vormachen so und hier kommen wir direkt zu dieser beerenhöhle die sieht ja richtig hübsch aus ich weiß nicht wie weit wir nach innen kommen ach so die ist ja zugehört zu da kommt man nicht weit ja so 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 waldbeeren genau cooles ding aber leider zu so gucken wir leute hier ist unsere pelmeni kochstelle aufgebaut an diesem wirklich sehr sehr schönen ort gleich geht das los da kommen erstmal pelmeni rein die werden schön aufgewärmt und dann gibt es da richtig leckere beilagen dazu dann werden wir heute richtig geil mittag essen so guck mal leute da haben wir ein bisschen wasser drin dieses wasser wird jetzt erwärmt in dieses wasser kommen schon vorgekochte pelmeni rein die sind ein bisschen mit butter versetzt damit sie nichts damit sie auch ja ein bisschen ölig sind beim kochen und dann wenn dieses wenn die fertig sind kommt da ein bisschen wanderer kies drauf das wird lecker da brutzeln sie schon langsam vor sich hin die pelmeni die kommt schon ein bisschen näher weil er wahrscheinlich hunger hat die pelmeni werden heute so bombe schmecken das glaubst du gar nicht auch mal leute das brutzeln schon richtig schön so victor wie schmeckt das so liebe bärenhöhle wir verlassen nicht die pelmeni waren lecker damit verabschieden wir uns bis zum nächsten mal die nächste wanderung kommt bestimmt auf wiedersehen ja so Vielen Dank.